Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ja, es ist lange her, aber ich habe das doch noch hingekriegt. Mia ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Weil wir machen jetzt das Spiel... Oder nachts, oder... Keine Ahnung, wann ihr es jetzt anguckt. Wir machen das Spiel jetzt nur noch mit Mia. Ja, und wir waren hier in Mexiko und... Es gewittert immer noch und... Wettervoraussicht nach... Was? Wettervoraussicht nach? Loll. Ach egal. Auf jeden Fall, aller Voraussicht nach, hört es auch nicht auf zu schiffen. Bumm. Komisch eigentlich, weil Mexiko eigentlich ein ziemlich trockenes Land ist. Ehrlich? Ja. Äh, hör auf zu stocken, bitte. Ähm. Hallo, warum stockst du jetzt schon wieder, du scheiß Teil? Weil du zu schnell bist. Gar nicht wahr. Wohl wahr. Äh, hier muss ich noch gar nicht hin. Ich weiß wieso nicht, wo ich hin muss grad. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Das nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Denn du bist ein Messi. Ich bin ein Messi, genau. Ach Gott. Steig bitte auf. Ähm. Fahr ich jetzt schon wieder zurück? Ja. Willst du doch nicht. Das weißt du nicht. Aber ich fahr einfach mal hier lang. Mal gucken, wo ich hinfahre und hin muss. Jaja, mein Deutsch war schon richtig. Jaja, nee, 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 nee. Aber hier draußen definitiv noch nicht. Nee? Nee. Okay. Da bin ich ja richtig. Heißt du mal aus, ich fahre. Wo geht's denn hier weiter? Da ist es in Need for Speed irgendwie spielen worden, und jetzt mal nie mal Motorrad fahren können. Nein. Fahrst du, glaube ich, wieder zurück? Fahr ich wieder zurück? Oder doch? Nee. Oh. Scheiße. Alter, Hilfe. Oh. Scheiße. Wer hat dir das Bier einfach anlustet? Naja. Es geht doch nicht. Gar nicht klar, dass man mich hier so erschrickt. Scheiße. Alter, ich bin gerade nütz. Aber du bist jetzt auch irgendwie erschrocken. Kann das wirklich sein? Ja, aber volle Kanne. Also ich meine, zum Spaß deshalb habe ich mal was gesagt, weißt du wie, aber so richtig zusammengezogen, das hat man ja nicht gewühlt, ne? Nee. Ach so, du bist tot. Aber ich bin zusammengezogen. Ja, ich war nie schlecht gerade. Meine Brisse! Das kommt bestimmt dann noch so viel. Alter, warum tust du dir weh, wenn du über Steine springst? Das tut im Schritt weh. Bei ihr, meinst du? Das tut mir leid. Bäm! Nein, da war gerade, ich habe es schon gesehen. Ja, ich habe es nämlich so gesehen. Habe ich das jetzt auch schnell fertig gemacht? Tja. Drücken Sie H. Du sollst ziehen, du dumm Stück. Oh, kriegst du es da mal hin, Olle? Steig doch einfach ab und mach dich nicht so schwer. Ja, ich wollte auch gerade sagen, es dauert mir ja einfach zu lange jetzt irgendwie. Das mit dem Poker jetzt flittern im Hintergrund, das tut mir echt leid, aber wir machen heute aus. Und sei denn mal Let's Play's bei mir zu Hause. Ja. Und da twittern meine Wände, die Bitch-Videe im Teppich rum. So, du bist tot. Und das können wir leider nie ändern. Hier war noch einer. Oh, Alter, nimmst du jetzt mal Schaden hier irgendwann? Ey. Danke. Warum ging der jetzt nicht tot? Weil du für jeden Punkt, den du dort hast in der Lebensanzeige von einem Typen, drei Schüsse brauchst. Hast du das jetzt ganz alleine rausgefunden? Ja. Cool. Bei vorher waren es nämlich nur zwei. Cool. It's magic. Nein, ein Schatz. Oh, Mann, oh. Close, close, close. Ja, ich mag Spawnfuck, was dagegen. Ähm. Hör auf, ich bin klaustrophobisch. Klaus-dro-phobisch. Was ist klaustrophobisch? Das heißt, dass man, dass er, dass Thaddeus Angst hat vor Leuten wie Klaus heißt. Close, close, close. Ähm, Krankenwagen und so. Schlecht und so. Ja. Stell das jetzt mal hier hin, weil anscheinend kommen wir da eh gleich wieder raus. Close, close, close. Ja. Patrick, hör auf, das hilft nicht. Schade. Hier sind Spawnfuck. Fiek, 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 fiek. Guck mich nicht dran. Ich möchte aber. Das macht mir Angst. Äh, Stange? Hast bestimmt irgendwo ein Loch. Ja, ich muss das da reinziehen. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Lass das wieder fallen. Vielleicht musst du das mit deinem Enterhaken runterziehen ab. Oh. Nein, ich will keine Taschenlauch anmachen. Nein, eigentlich nicht. Hallo, lass das bitte los. Hallo. 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 Frau Aufmerksamkeit. Hallo. Geh weg. Ich habe da gerade voll eine Granate hingeschmissen. Yay. Warum weiß ich zwar auch nicht, aber ich habe es einfach mal getan. Weil du mit Granaten einfach nicht umgehen kannst. Das haben wir schon damals auf dem Boot gesehen. Auf dem Boot? Ja, auf dem Schiff. Auf dem Schiff? Ach, da Tatsache. Wo du Granaten geworfen hast. Tatsache. Bei deinen Streppenstufen? Bei meinen Streppenstufen. Jawoll. Ich mach sie du. Du musst sie gleich sehen. Das ist reine Logik. Wo habe ich ein Finklinge geschmissen? Ja, da unten irgendwo. Gib mir das mal wieder. Wieso ist das... Wow. Ich kann das. Wunder. Ja. Ja, du kannst es. Ja. Kann ich auch. Oder auch nicht. Ja, es ist nass. Die rutscht jedes Mal ab da. So, jetzt ganz vorsichtig darauf gehen. Sexy. Schluss jetzt hier. Du olle Tante, du. Da, Röhr steckt das doch rein. Du musst es nämlich doch da ganz dran schieben. Dann kannst du es nämlich auch reinstecken. Ja, die lässt es aber auch nicht mehr... Jetzt. Will die mich verarschen? Ich habe das vorhin schon mal gedrückt. Und da hat die das nicht fallen lassen. Deswegen habe ich es weggeschmissen. Zu viele Informationen auf einmal? Oder? Nicht gut. Tut mir leid. So. Noch einmal das Ganze. Hast du dich jetzt ganz rangestellt? Nein. Toll. Ja. Geht bestimmt wieder nie. Doch, diesmal. Hoffentlich. Ja, siehste. Mh. Ah, ich musste nämlich den Platz lassen, damit ich hier durchkomme. Soll ich die Fett schließen? Ja. Ja. Ey, anstatt sich einfach durchzurollen, wie ich ihr das gerade befohlen habe. Nein, da tun wir uns erstmal. Magic! Hör auf mit dein It's Magic. It's a kind of magic. Es ist nichts, es ist egal. Jetzt haben wir wieder dieses tolle Rätsel hier. Hattest du das schon mal? Ja. In meinen vorigen Parks. Muss man einfach mal gucken. Halt, erstmal mach mal Kleid, das hier diesmal. So, und zwar sagt die Uhr. Guck mal. 9 Uhr 28. Gut. Okay, da haben wir noch was. Du hattest so ein ähnliches Rätsel, ja. Ja. Aber nicht so ein. Doch, genau dasselbe, bis auf der anderen Seite. Nein. Doch. Wollen wir mal wetten? Da auf der Seite, da. Guckst du. Yeah. So. Jetzt drehen wir das nochmal. Oh, stell dich hin, Alter. Ich kann das Rätsel bald schon aus dem Kopf. Ehrlich? Ja, aber ich hab das so oft gemacht schon. So irgendwie. Hm. Ja, weil in den letzten, da auf der gegenüberliegenden Seite hat mich das nämlich total verarscht. Oh. Was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Das finde ich jetzt mal voll fail. Warum dreht sich das denn mit? Warum dreht sich das denn mit? Ich kann es vielleicht doch nie so auswendig. Ich kann dir sagen, warum sich das mitdreht. Ja, weil ich sie da auch eingehackt habe. Siehste? Schön. Oh Mann, dann nochmal dieselbe Leier jetzt. Oh, fangt er zu heulen? Geh mich nicht so an. Oh. Mensch. Ey. Bleibst du cool? It's cool, man. Nein. Guck mal, ich krieg Applaus von Mia. Nein, eigentlich waren das meine Hasen, die grad die Häuser anknabbern. Mensch. Die dürfen gar nicht. Hallo, die Häuser waren ja nicht knabbert. Das können wir halt mal vorhin schauen. Ja, und ich hab recht. Gut, Mia ist jetzt mal kurz verschwunden. Oh nein. Sie robt grad auf dem Boden zu ihren Hasen. Absolut, ich bin so ungeblich, wenn ich. Jetzt, pass auf, jetzt. Schnell. In den Laptop. Geht mit dem Laptop. Wuuuuh. Wuuuuh. So, und nun? Oh, da ist mit sich was. Entschuldigung. Oh, da muss ich ja mich jetzt bestimmt beeilen. Das geht nicht bestimmt gleich wieder zu. Wollen wir wetten. Deswegen auch das Motorrad, damit ich hier schnell von A nach B komme. Ansonsten würden die... Mach mal weg hier. Redest du mal mit mir, nie mit den Hasen. Oh, Feuer, Feuer! Feuer, Feuer, es fällt jetzt auf. Es fällt auf. Ja. Oh nein, jetzt muss ich mich beeilen. Bestimmt. Wenn das Feuer erlischt, geht das wieder zu. Es wette ich. Die ist ja gerade mal übelst, was kommt er geflogen. Oh, leck mich doch alle am Arsch jetzt nicht, ey. Los, schnell, schnell, schnell. Schnell, da fahren wir... Oh, Lera! Lara Croft. Ich will zurück jetzt bei die Croft. Ne, da waren wir schon. Ich kriege mich da auch mal hin. Mit der Gessen vom Boden wieder aufgehoben. Jawoll. No! Nein! Alter, das schaffe ich doch nie. Wenn es überhaupt auf Zeit ist, aber so wie die Musik erklingt, wird das schon bald. Toll. Wie soll ich das denn... Oh! Ah, das auch. Hehehe. Es ist 13.41 Uhr. Hm. Ich fahr hier gerade übelst falsch, oder? Ja. Toll. Das dachte ich mir. Toll. Woher kommt man von hin? Äh, eigentlich auf diesen einen Platz da. Welchen Platz denn? Ja, von hier bin ich gekommen gerade. Super. Wollen wir wetten? Das Ding ist wieder zu. Ach, hier ist gar nichts. Hier komme ich wieder zu dem... Oh, toll. Ich bin hier gerade voll falsch. Okay. Ähm. Wir sehen uns dann an dem großen Platz, wo das gerade alles war. Vielleicht ist es ja doch nicht oft. Vielleicht geht es doch nicht auf Zeit. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.